Jetzt wird gescratcht. Gescratcht deswegen, weil wir natürlich nicht nur Plattenkratzer, sondern auch Rubbelloskratzer sind. Hier, Aral. Es ist hier ganz einfach, der Gregor und ich, wir leben ja so dermaßen auf der Überholspur und wir leben echt an das, also wir leben immer am Limit. Und deshalb ist so ein Rubbellos hier, das VIP, Gewinne bis zu 50.000, genau das Richtige, um den Tag zu starten. Gewinne ab 100 Euro werden geteilt. Gewinne ab, ne Moment, werden nur geteilt, wenn wir es zusammen kaufen, ich habe es gekauft. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich gewinne, ist natürlich für dich blöd. Du gewinnst, du gewinnst 50.000 Euro und ich dann nichts. Wenn wir verlieren, verliere ich aber auch nichts, weil ich habe auch nichts gekauft. Ich bin in Vorleistung gegangen, ich habe die letzte Gage auf den Kopf gehauen und dieses Scratch-Ticket davon gekauft. Und jetzt brauchen wir eine Münze. Wir rubbeln heute nicht mit Cent, wir rubbeln mit Euros. Wir leben auf großem Fuß, deswegen rubbeln wir ja seit langem nur noch mit Euros. Ey, weißt du, ich lebe auf so großem Fuß, ne? Weißt du, womit ich rubbel, ne? Mit den Puffis. Ey, und es geht halt. Guckst dir halt an, es geht halt. Wie geil ist das denn? Okay, also es ist ganz einfach, ich erkläre euch das kurz, wie das funktioniert. Halt mal da drauf, dass die das sehen. Die müssen das wirklich sehen. Ja, ja. Es ist ja so, dass da, also hier ist jetzt die Glückszahl, die rubbeln wir als erstes frei und dann haben wir 10 Chancen. Und wenn die Glückszahl irgendwo unter oder über diesen Betrag, über den Betrag auftaucht, dann haben wir die Kohle drin. Achtung. Let's go. Also Null ist unsere Glückszahl, das passt ja schon mal ganz gut. Null. Null. Jetzt. Null. Null. Jetzt kommt's. Jetzt steht hier 50.000 und ich bin raus. Für Faro. Da fehlen ein paar Nullen halt, ne? Ja gut, die Kohle haben wir wieder drin, ne? Wir reinvestieren direkt. Was sagst du zu unserem Gewinn? Ja. Ich habe ja nichts verloren. Nee, du hast, du bist ja wie immer aus dem Schnacken, du bist fein raus. So, so, so. Wir machen jetzt ein Jingle. Kurz zur Erklärung. Wir machen für unsere Videos ein Subscribe-Jingle. Und das ist ein bisschen Meta, weil ein Like, Subscribe. Es ist ja schon ein Video. Follow irgendwas. Es ist ja schon ein Video. Es ist schon ein Video. Wollen wir anfangen? Ja. Ich habe hier schon alles vorbereitet. So, absolute Ruhe jetzt. Abonnieren, 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 abonnieren. Dann... Scheiße. Follow. Like. 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 Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ja, was gibt es noch? Abonnieren. Ja, nix. Ihr müsst subscriben. Also, abonnieren. Und? Abonnieren, abonnieren. Jetzt hast du reingesprochen. Daumen nach oben, Daumen nach oben, Daumen nach oben, Daumen nach oben. Du bist dran. Was für ich. Ja, du musst auch alles nochmal sagen. Gebt uns nen Daumen, gebt uns nen Daumen, gebt uns nen Daumen, nach oben oder nach unten. Du hast ne gute Stimme, ne gute Radiostimme. Sieht man gleich, ne? Ja, sieht man gleich. Sieht man im Wellenausschlag. Subscribe, Subscribe, Subscribe. Ey, wir können zusammen machen auch. La, 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 la. Also wir machen einfach einen Dreiklang-Dur. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Was war das? Ja, wie? Ja, okay, du singst die Subscribe. Subs, subs, subs. Oh, du singst die Terz und Scribe die Quint. Subscribe. Musst du singen? Subscribe. Und du sing? Subscribe. Subscribe. Ja. Ja, okay, nochmal. Ja, das wird nix. Doch, das ist super. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe. Ja, okay, nochmal. Ja, das wird nix. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe. Schon besser. Hahaha. Ziemlich gut. Subs. 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 Finde ich nicht so schlecht. Aber noch nicht so gut. Was haben wir denn hier noch? Subscribe. Oh, der ist schön. Der war schön. Subscribe. Subscribe. Macht das nochmal. Subscribe. Subs. Subs. Ich find, der war's schon. Der ist es schon eigentlich, ja? Der ist es. Halt aber abonnieren, müssen wir doch sagen. Ja. Ja. Hahaha. Dann macht das mal mit dem abonnieren, abonnieren. Abonnieren, 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 abonnieren. Hahaha. Das klingt wie die Minions. Ja, mega. Amelie, Amelie Das klingt irgendwie nach onanieren Das klingt irgendwie komisch Überleg gerade, muss das nicht abonniert den Channel oder sowas heißen? Nein Ihr könnt Nein, das macht das Abonnieren, abonnieren Und nicht vergessen Eins, zwei, drei, vier, fünf Und nicht vergessen Ihr könnt abonnieren, 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 abonnieren Ihr könnt abonnieren, 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 abonnieren So, oder wollen wir eher Moll gehen? Du, du, ja, du, okay Nummer du, c, ja Nummer du Ihr könnt abonnieren, 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 abonnieren Daumen nach oben Daumen nach oben Daumen nach oben Daumen nach oben Fett Das war's Daumen nach oben Der macht einen komischen Move Das ist eigentlich ganz geil Daumen nach oben Daumen nach oben Daumen nach oben Wie fresh ist ein Diff? Daumen nach oben 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 phis